Wie wichtig ist so eine Veranstaltung? Ja, die ist wahnsinnig wichtig, weil ich denke, in der Schweiz wird man auch normalerweise nicht öffentlich reden können, aber in Deutschland gibt es ja überhaupt keinen solchen Forum. Also eine Veranstaltung pro Jahr ist im Grunde fast zu wenig, weil es sind sechs Referenten und es sind so viele Menschen und man müsste es einfach noch weitertragen. Das ist wahnsinnig wichtig, aber ich bin auch der Meinung, dass es vorwärts geht, so was ich so beobachtet habe, nebenher erstmal die ganzen Jahre, dass es wirklich sich ausweitet, dass immer mehr Menschen Interesse haben und dann sich auch die Zeit nehmen.